Falls ihr die verdreht in derchen Onder, wenn ihr kempft den Teumann von Gästlich wossen? Ich glaube, jederzeit sind wir ganz derchen Onder mit dem Teumann, wegen dem wir sagen, okay, die Bibel sagt, ihr nehmt Jesus Christus an, dann müsst ihr eine Gerichtigkeit haben, was für Gott jährlich ist, dann müsst ihr in den Himmel nehmen kommen können. Aber wir ondrehen auch, dass wir nicht sinnvollen wollen, und wir wollen für Gott leben, und wir wollen gute Dinge tun, und wir wollen die paar Wossen in unserer Gemeinschaft, wenn ihr kempft von Gott. Und so, jeder muss verdreht werden, wir fangen an zu denken, okay, wenn ich all die rechte Dinge tun, und wenn ich die rechte Dinge nicht tun, dann wird ich ein Dach in den Himmel nehmen kommen. Und so, wir fangen an eine Religion zu machen, wenn ich so eine Kleider anhaben, wenn ich so eine so eine Karte vormen, wenn ich diese schlechte Dinge nicht tun, wenn ich diese andere Dinge tun, dann wird Gott mir ein Dach annehmen. Aber wir haben noch ganz verdreht, wenn die Bibel merkt, wenn wir Jesus Christus annehmen wollen, dann haben wir eine Gerichtigkeit, was für Gott jährlich ist. So, das hat nichts zu tun mit unseren Worten. Aber gerade so, kann ich das Bild verglichen mit unseren Worten. Denn dafür, die Befriedenheit, wird sie 100% befrieden. Du wird sie nicht halb befrieden, und dann über die nächsten Jahre lernt sie die 100% befrieden zu sein. Denn dafür, die Befriedenheit, wird sie 100% befrieden. Aber nicht, dass wir befrieden sind, sondern lebt wir unser Leben, sondern das stimmt, dass wir befrieden sind. Und wir lernen uns, unsere Partner, Dollar zu können. Wir lernen, Dollar zu laufen auf einer Weg, die er, die kann verstehen. Und so, wie folgt jeder Tag Dollar an, Leute, aber dort ändert nichts. Denn dafür, wir werden uns befrieden, wenn wir 100% befrieden. Nicht nur 40 Jahre, wenn du dein Partner, die neue Leute leuchtet hast, die neue gute Dinge für die Probe, die du getan hast, dann, dass du dann, wo ich befrieden sind. Na, du bist befrieden, denn dafür, die Befriedenheit. Und gerade so ist es, wenn ein Kind, was uns hier erreicht hat, was für Gott jährlich ist. Denn da, wo du Jesus Christus annehmen hast, dann passt du 100% in Christ, und du wirst 100% in den Himmel nehmen können. Aber nun, wenn wir dann auch so leben, dass wir ein Kind Gottes sind, und wir wollen nichts finden, und wir wollen wissen, in uns Gemeinschaft, und wir wollen Gott Dollar kann, die in Dollar so worden ist, wie es ist. Aber wir tun das nicht, wenn wir glauben, dass wir ein Kind erreicht werden. Wir tun das, wenn wir sind, ihr Recht, und Gott sind die Jungen. Sag, weil ihr das möchtet, zu sprechen, mit diesem Wort. Wenn ihr das Video jetzt geglaubt, dann will ich Like und Abtreibung auf Facebook, Subscribe und Abtreibung auf YouTube, Checkt das Video dann mit ihren Freunden und Familie, und wir sehen uns nächste Woche.